Tagtäglich vertrauen wir auf die Sicherheit unserer Verkehrsmittel. Wir verlassen uns auf funktionierende Technik. Jeden Tag arbeiten Hersteller und Zulieferer für dieses Vertrauen. Sicherheitsrelevante Komponenten, zum Beispiel für Bremsanlagen, werden mit dem Inspektionssystem FlexiVision 100 von Schölli intensiv geprüft. Ob bei 100% Kontrollen oder bei Stichproben, exzellente Bilder sorgen dafür, dass kleinste Details sichtbar werden. Wenn mehr gefordert wird, als Augen erfassen können, unterstützen Videoalgorithmen. Durch sie können zum Beispiel Abweichungen farblich betont werden. Herkömmliche Prüfverfahren ohne Kamera werden schneller und sicherer durch die Kombination gängiger Endoskope mit der FlexiVision 100. Defekte werden durch die brillante Bildqualität schneller erkannt. Kritische Defekte können gemeinsam am Monitor bewertet werden. Mit der FlexiVision 100 werden Komponenten für Auto, Motorrad und Flugzeuge effizient geprüft und verlassen in höchster Qualität die Produktionsstätte. Ob für Stichproben oder Inline-Prüfungen, das modulare Inspektionssystem passt sich den Anforderungen an. FlexiVision 100 sorgt für zuverlässig funktionierende Technik dort, wo Sicherheit an erster Stelle steht. Schölli – Excellence in Sight über Re Chu